Willkommen zu den News der Woche. Der Pappascha Animon sicherte sich die Rechte an Tora Tora. Die erste Volumen soll bereits Ende Mai im Handel kommen. Der Anime selbst startete 2008 in Japan. Vor kurzem wurde die neue Staffel von Yu-Gi-Oh! Reigns bekannt gegeben. Hier im Bild wurde jetzt der Charakter vorgestellt. Der Hauptcharakter des Anime ist Yusaku Fujiki, der über einen scharfen Verstand und die Fähigkeit eines Hackers verfügt. Sein Hauptmonster heißt Dekou Talker. Während der Duelle bewegen sich die Spieler in Yu-Gi-Oh! Reigns im VR-Space auf einem Board fort. Der zweite Charakter, der vorgestellt wurde, ist nur unter dem Namen Spielmacher bekannt. Auf der Seite wurde zudem das Design für ein mysteriöses Wesen gepostet. Der sechste Ableger von Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Reigns soll noch im April auf TV-Tokyo ausgestrahlt werden. Seit November 2016 ist die fünfte Staffel weltweit auf Crunchyroll verfügbar. Im Zuge einer Umstrukturierung des Programms erhält die Anime-Nacht vom TV-Sender ProSiebenMax ab Anfang April 2017 einen neuen Sendeplatz. Statt wie gewohnt am Mittwoch wird die Anime-Nacht beginnend mit dem 7. April 2017 immer freitags ausgestrahlt. Das genaue Programm der Freitags-Anime-Nacht ab dem 7. April 2017 liest sich dann wie folgt. Auf einem Event zum Bungo Story Dogs Franchise wurde am Sonntag bekannt gegeben, dass ein Film zur Serie in der Mache ist. Bungo Story Dogs basiert auf den gleichnamigen Manga-Reihe von Kafka Asagiri und Sango Harukawa, die seit 2009 im Young Ace veröffentlicht wird und mittlerweile 9 Sammelbänder umfasst. Die Anime-Adaption entstand in renommiertes Animation-Studio Bones. In Deutschland lief die Serie bei Crunchyroll als Simulcast. Der Manga Kakego Hui bekommt eine Anime-Adaption. Yuishiro Hayashi wird unter Studio Mappa die Regie der Anime-Adaption zu Homura Kawamoto's Manga Kakego Hui übernehmen. Wann genau der Anime erscheinen wird, ist noch unklar. Das Team wurde allerdings bereits bekannt gegeben. Neben Regisseur Yuishiro Hayashi sind Drehbohroto Yasuko Kobayashi und Charakterdesigner Manabu Akita mit an Bord. Die Handlung vom Manga wird genauso beschrieben. Auf der Hayakok Akademie wird das Ansehen eines Schülers nicht durch sein Äußeres, seines Herkunfts oder Ähnlichen bestimmt, denn auf dieser Schule dreht sich alles um Glücksspiele. Bis eines Tages die mysteriöse Ausstauschschülerin Yumeko Jabami dort auftaucht. Wie die 12. Ausgabe von Kodanchas Weekly Schule Magazine angekündigt, wird der Manga Love & Lies Koeito Oso eine Anime-Adaption erhalten. Demnach soll die Anime-Umsetzung des seit 2014 erscheinenden Mangas von Tsumugi Musawo grünes Licht für eine Erstausstrahlung im Sommer 2017 bekommen haben. Für die Produktion verantwortlich zeigen sich Leidenfilms und Direktor Saiki Takuno und das Team, das ebenfalls für die Anime-Umsetzung von Yamada-kun in The Seven Witches zuständig war. Die Handlung wird wie befolgt beschrieben. Lügen sind verboten, Liebe ist noch verboten. In einer nicht allzu weit entfernten Zukunft wird der Ehepartner in Japan von der Regierung ausgewählt. Sobald man 16 Jahre alt wird, Yukari Nejima ist ein 15 Jahre alter Junge, der in einer Ecke von Japan lebt und nie viel aus sich selbst gemacht hat. Bei den Schulnoten und im Sport ist er unter dem Durchschnitt angesiedelt. In seinem Herzen versteckt er jedoch eine leidenschaftliche Liebe. Wie sieht das Leben eines verliebten Jungen aus, der in einer Welt lebt, in der Liebe verboten ist? Im aktuellen Newsletter von KC Deutschland wurde bekannt gegeben, dass der Publisher sich doch die Rechte für den vierten Kinofilm von Death Note gesichert hat. Wann dieser erscheint, ist noch nicht bekannt. Und da sind wir auch schon beim Ende und ich muss ehrlich sagen, die News haben mir echt gefallen. Wir kriegen einen Bungus 3 Dogs Film. Leute, einen Bungus 3 Dogs Film. Ich meine, wie gesagt, die Staffel, die zwei Staffeln, die ja letztes Jahr kamen, waren ja schon ziemlich geil. Und da auch noch Tora Dora auf Deutsch. Ich meine, Tora Dora ist ja quasi gesehen, finde ich, einer der besten Romance-Animiserien, die ich jemals gesehen habe. Muss ich ehrlich sagen, das ist hochstandradikal ganz geil. Gut gesagt, Digga. Natürlich muss man halt sagen, dass eben viele Adaptionen jetzt bekannt geworden sind. Und bei Kakegurui, muss ich ehrlich sagen, darauf freue ich mich wirklich. Ich habe ein paar Mal, also im Chat da nochmal reingeschaut, aber nicht so ganz jetzt aktuell mäßig. Ich muss schon sagen, die Handlung von dem Manga ist eigentlich schon sehr interessant. Und mal gucken, wann der Anime kommt. Vielleicht ja noch dieses Jahr, ne. Hoffen, hoffen, ne. Love and Lies ist ja auch von einem Manga. Und ich kann ehrlich sagen, wer will das mal nicht sehen, ne. Wo die Regierung entscheidet, wenn du 16 Jahre alt bist, mit wie du zusammenkommst. Ich meine, okay, warum nicht, ne. Dafür heutzutage jeder entscheiden. ProSieben hat seine Anime-Strukturierung halt alles geändert. Cool. Ich meine, das war wegen so Football oder was anderes. Ich meine, ich gucke keinen Sport, ne. Aber irgendwas läuft jetzt wohl jeden Mittwoch. Aber wen juckt es eben. Hauptsache, es kommt. Das ist das Allerwichtigste. Und man muss schon sagen, am Freitag ist es eigentlich die bessere Zeit. Denn Heiter, Wochenende, Anime-Nacht. Hallo, wer will das mehr? Und am Freitag kommt jedes Mal, also ProSieben-Ex kommt immer Seraph the End. Also was will man mehr, ne. Will ich ja nun mal klar gestellen. Nicht nur Seraph the End, sogar Psycho Pass und Death Note. Also verpasst das nicht, Leute. Verpasst das nicht, ne. Grundsätzlich kann ich ja eigentlich nicht mal viel sagen. Aber das Einzige, wo ich mich noch ein bisschen, ein kleines Stück hier lustig machen will, ist halt Yu-Gi-Oh. Komm, jetzt mal ehrlich. Diesmal, ich weiß nicht, Arc 5 habe ich jetzt noch nicht so richtig geguckt, ne. Ich weiß aber, dass 5Ds ja noch mit, also mit so Motorrädern gefahren ist, ne. Arc 5, glaube ich, haben die dazu gemacht, oder? Ich weiß es gar nicht. Oder sind die geflogen? Keine Ahnung, ich habe das gar nicht gesehen. Aber bei eins ist sicher, dass bei, ähm, ja, dieses neue Yu-Gi-Oh, ähm, Reigns jetzt, ich glaube, das waren so Surf-Dinger oder so die Surfen ab sofort und dann können die sich duellieren. Ich meine, okay, okay, kann ja sein, dass es vielleicht cool wird, aber nicht so meins, wisst ihr. Aber mal gucken, wir wissen ja nicht, ne. Yu-Gi-Oh überraschte einen immer. Und ich meine, ich habe mal ein Video geguckt über Arc 5 und da war ein Duell mega ziemlich geil gewesen. Also Leute, hallo, wer will noch mehr? Also ich denke mal, ich schaue mal Arc 5 irgendwann ran und dann kann man sich ja mal ein Bild machen. April startet auf jeden Fall die neue Staffel. Hoffentlich hat es euch gefallen. Lasst doch mit dem Daumen nach oben da. Ich zum Teil sage auf jeden Fall, habt noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis bald und ciao. Ich zum Teil sage auf jeden Fall, habt noch einen schönen Tag.